Hallo, heute spielen wir wieder Minecraft Wolf, zur rechten Szene ist Flo hier, zur linken ist Ronja da und der Tobias. Du bist ein Wolf, töte all deine Feinde. Jürgen, greif mich an, Jürgen, greif mich an! Hey Leute, könnt ihr mal helfen, du bist ein Wolf, was heißt das, was muss ich machen? Ich glaub du musst nur Tobskillen. Ich glaub du musst nur Tobskillen. Ah Tobskillen, ok. Danke. Nein, Sitz! Sitz! Ich wollt ihr mal testen? Ey Tobskill sind Diamonds, willst du mir abbauen? Flo 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 Flo, geh halt Abstand Flo. Tobskillen, ich bin wie ein NPC. Ja. Hier hab ich nämlich noch ein Geheimgang. So, hier ist noch ein Geheimgang. Huuu! Au! Tobskillen, ich bin wie ein NPC in Oblivion. Achso, ich denk, hä? Kennst du die? Oder Skyrim? Lol, oh oh. Ich hab Skyrim gespielt, aber die sind halt nicht so... Skyrim! Wir haben ihn aber Oregano genannt, weil der Name... Oregano. Tobskillen, du bist bei mir? Er folgt die aber nur bis zur Brücke und er hat Angst auf die Brücke zu gehen, deswegen konntest du ihn killen, aber er war wichtig für die Story, deswegen solltest du ihn nicht killen. Ach. Das war problematisch. Top Zug! Prank! Ey, meine einzige schwere Mission Erfahrung war die Zug Mission in GTA. Ja. Achso, ja, genau. In welchen denn? In welchen denn? Und nach dem Schiff ganz unten. Also, ich habe 4s Iron gespielt. Ich hab Skyrim gelebt. Ach, ja. Ey, was war so euer... das Spiel eurer Kindheit? Also, meiner Kindheit? Ja, gut. Ich würde wahrscheinlich Minecraft. Ne, es war, literally, es war nicht Minecraft. Es war, ähm, ich hab früher immer gespielt. Nur auf der Xbox, also, äh, ne nicht auf der Xbox. Meinst du, meinst du, äh, wie heißt es? Far Cry? Ne, nicht Far Cry, das, äh, äh, genau, äh, wie heißt es? Battlefield oder so. Da hat es mich ein Battlefield, habe ich immer mit, äh, so mit Farby gespielt. Ähm, das war so ein Spiel, da hat man, da, ne, da, ne, das Battlefield, Modern Warfare, oder so, ich weiß jetzt nicht wie das heißt. Da. Flo! Au! Flo! Und da, da hat es auch so ein, so ein Zombie-Modus gespielt, äh, gegeben. Da hab ich immer gespielt, Zombie-Modus. War das nicht Counter-Strike? Okay. Ne, nicht Counter-Strike. Moroni, was war das Spiel, der einer kinder hat? My Little Pony. Wie gesagt, Moroni Kart 3. My Little Pony. Moroni, ich hab Moroni, ich hab Moroni Kart auch gespielt. Ja, ich hab Moroni Kart gespielt. Ja, ich hab Moroni Kart gespielt. Ja, ich hab Moroni Kart gespielt. Da haben wir so einen Ripper von Moroni gespielt, das, äh, so mit diesen Dingern sind's da. Ne, ne, wirklich, da gab's die ganze Kapsel und so, ich hab's gespielt. Moroni Kart 3 war nice, weil da hattest du den Charakter Kröt. Kröt? Kröt? Ich hieß Kröt. Kröt. Ey, es gab irgendeinen Charakter, der war viel zu groß wie das Kart. Ey, ich hab nur Mario Kart gespielt. Das, was du. Florian, was du dick machst, du. Ey, wart ihr schon bei dem Minecraft-Keimgang? Ey, ich hab dran des Lebens, by the way. Ich bin gerade dabei. Also, falls ihr stirbt. Du bist ja schon da. Ich rade ihn. Wie ist es eigentlich, Wolf? Oh, 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 oh. Du? Flo, oder? Ähm. Äh, hier mal vor, ich muss mir helfen, ich bin eingeschwört bei dem Minecraft-Keimgang. Oh, klar. Mein Minecraft ist mir weggefahren. Mein Minecraft ist mir weggefahren. Ich hab 20 Stierschwert. Habt ihr auch so leichte Legs wie ich? Oh, ne, ich nicht. Nein! Oh. Du hast mich angegriffen. Nein, ich hab Slime-Patt, Rodion, ich werde dich jetzt töten. Hä? Boja, überlegt dich ran, wenn du angriffst. Nein, hab ich nichts, weil das war ein Kloppen. Aldi aufspießen das Wolf und dann. Aaaah, alles klar. Pappappappapp. Bipappappapappapp. Piepappappappappappapapp. Piepappappappappappapp. Piepappappappappappapp. Piepappappappappappappappapp. Piepappappappappappappappapp. Okay, topst es. Piepappappappappappappappappapp. Piepappappappappappappappapp. Okay, nächstes hab ich jetzt kein... Blue City mehr. Ein ein hotspot. rechte hier kriegst du ein bonus herzen ist es ein bett ich muss mein kopf nicht ok da war 7 damage 7 damage aufgießen es gibt einen chess es gibt irgendwie eine chess da das waren immer unsichtbarkeitsdrang drin irgendwie ich glaube ich glaube der golf ball nicht sagt zurück wolf ist man sagt du bist der golf der vw golf und nur ein wolf wird so interpretieren also ist auch der wolf nicht ich habe eine lederhose gefunden ja du kannst du mal ganz vorne also ganz hinten ich bin gerade so ein ort auf der map war ich noch nie ich verstehe es wirklich nicht hoffs wo bin ich ich bin hier und überall ich aktiviere den wolf ist nicht vorhanden weil der wolf einfach ja aber es ist doch kacke guck mal ich hab mir jetzt ich hab mir so gehört nur noch nur noch nur noch ich bin auch nicht der xp hast du übrigens die minuten bis jetzt ja die zahl ja steht ja ich gedacht dass wir den integrieren ich dachte dass er tubs an die kuh was ist aufhalten ich hab grad übelst viel dings bekommen ich habe auch ganz viel schwert und zwei slime pötzern ich habe auch ganz ich habe ja auch ganz fünf was ich habe auch ganz schweide geräusch ich habe auch ganz schweide geräusch ich habe auch ein geschenk kaufen Leute ich habe gerade zwei slime pötz und man kann pro spiel eins produzieren oh das kann sein das hatte ich auch schon mal den back hä tubs nö ich glaube es geht nicht ne es geht nicht hä ist ist tobs tot ist tobs tot ja juren was ich habe frankes leben hä aber es ist ja ich kann sie nicht zeigen hä was ich hasse euch what the hell hä aber warum warum soll es ich sein wenn ich mal in der dev nachricht kommt man weil du möchtest ja weil du den zeilen habt ihr abgesieben rubina ja aber was warum sollte ich nachher der wolf sind wenn nicht mal steht du kannst ja auch fake schrei machen ja nicht fake schrei also fake schrei in real life verstehst du ich bringe uns noch mal ein paar geschenk ja komm mal her hier 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 kannst du nicht mehr pro game geht ach so ich habe noch 38 jahre los ich kaufe mir noch ein schlagstück und schlage war tobs ja warum den auch nicht ja die kiste unten könnte starten server crash mit enderpeller wenn die situation eng wird das ist immer gut das ist ein guter ausgabe behalten ich werde nicht so gut aber ja aber es ist zwar nicht gewinnen aber es ist auch nicht verlieren es ist ja jetzt bei mir jetzt bei mir jetzt bei mir oh 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 bei mir hat er keine Ortsangstube ja ich habe mich falsch an den kids ich habe einen randomizer aber warte kurz ich gebe dir schnell oh der kommt die rüstung warte ich gebe dir mal alles falls ich mich clean ok ich habe hier will aus jetzt die ok jetzt nehme ich nicht ok 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 ich gebe dir sogar eine slime ich tobst jetzt tot ja ja ich hätte noch ein trankes lebens kaufen können theoretisch ne geht nicht das geht nur einmal äh das geht nur einmal ich habe jetzt eine exo panther allah was ich habe so viele sachen so exo panther ist wirklich gut ja oh mein gott ich kaufe jetzt einen schutzstern ah ne schutzstern ist turtle trank ok komm her ok ok oh nein wir sind beim tester und ihr bleibt bei mir wir sind beim tester du hast heavy duty girl ich bin da aber ich habe auch notfalls noch ein schwert wo ist er wenn du irgendwas kaufen willst hier an ja alles gut zum geburtstag oh danke nice ich bin rich war doch nie so 64 gold bist du das wahnsinn habe ich die 74 gejobbt ich habe jetzt das sehr gejobbt ja ich habe übel ich habe auch schon schreibt mich an ich hasse dich äh lol äh lol ich dachte es wäre noch genug oooooh ah ich haha ich habe zobst zweimal hintereinander getötet ja ripp ja ripp ja noch einen schönen Abend also die Folge lasst ein like und abo da und tschau bo Oper bis zum 뱃 lekt jau ou z jemand ripp